Und was habt ihr natürlich beim Campener Film? Ganz klar, der Minimax ist dabei und natürlich unsere Original-Grillspeine-Produkte. Da werde ich jetzt leckeren Speck und Eier machen, wie es ausschaut, seht ihr jetzt. Ja, der Minimax ist schon auf ordentlich Temperatur und da wartet auch schon unser Oberteil vom Cooker. Da wird jetzt leckeres Essen drin gemacht. Geil! So, das ist jetzt unser Speck, unser Zweierleit, den wir hier gekauft haben und den geben wir jetzt dann hier in unseren Minimax bei guter Hitze. Und so schauen sie dann fertig aus, ultra knusprig, wie Chips, aus Speck. Lecker! Danke!